Das hier ist mein Zyklonabscheider, den ich vor vielen Jahren, vor zehn Jahren oder so gebaut habe und der mit diesem Sauger betrieben wurde. Das Prinzip ist folgendes, der Sauger saugt hier an und die Sägespäne oder der Schleifstab kommt durch diesen Schlauch hier hinein bildet hier einen Wirbel und trennt sich am Ende des Trichters aus dem Luftstrom. Das Ergebnis ist, dass die Späne in dieser Tonne landen und hier in dem Sauger eigentlich keine Späne landen sollen. Das funktioniert halbwegs gut, die groben Späne landen tatsächlich alle in der Trommel aber feiner Schleifstaub wird trotzdem noch hier in den Sauger befördert. Und zwar kann man sagen eine volle Tonne entspricht ungefähr einem vollen Sauger. Jetzt kann man mal reinschauen, also hier ist jetzt halb voll, ich habe es allerdings schon mal ausgeleert und aber hier sieht man, dass doch ganz schön viel noch in diesem Sauger landet. und das Ärgerliche ist, dass dieser Beutel hier gern abrutscht und dann wird der ganze Filter verstopft und das zu reinigen ist eine riesen Sauerei. Deshalb werde ich jetzt diesen Zyklon entfernen und stattdessen eine einfachere und hoffentlich bessere Lösung machen. Die Späne Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.